Für die einen ist er einer der unsympathischsten Spieler überhaupt, für den anderen ist er ein absolut wahnsinnig geiler Spieler. Zudem sagen viele, er hat absolut sein Potenzial verschwendet. Was wäre also, wenn Neymar Junior eine zweite Chance bekommen wird, er wieder jung ist und bei Santos startet? Am Ende der ersten Saison ist er mit Santos auf dem dritten Platz gelandet, konnte Ricopa gewinnen, was ich schätze mal wie ein Supercup ist. Und hier sehen wir noch seine Statistiken, er ist auf einer 82 hoch, hat 12 Tore geschossen, 3 Torverlagen sind ihm gelungen, also recht stabil würde ich sagen und ich denke er ist bereit nach Europa zu wechseln. Nachdem er noch ein weiteres halbes Jahr in Brasilien unterwegs war, weil die Saison immer bei denen im Januar endet, wechselt er jetzt nach Europa und ihr seht es schon, es ist einfach Werder Bremen. Er wird in der Bundesliga spielen, ist mittlerweile schon auf einer 86 hoch und ich bin gespannt was möglich ist. Der Spieler des Jahres wurde Kylian Mbappé, wie so oft im Karrieremodus und hier seht ihr noch das Team of the Year gemixt aus Liverpool, Real, Paris und Kimmich. Am Ende der Saison konnte Werder Bremen auf dem siebten Platz landen in der Bundesliga, was sehr stark ist, aber leider haben sie wirklich ganz knapp die internationalen Ränge verpasst. Die letzte Möglichkeit sich für die Europa League also zu qualifizieren war noch der DFB-Pokal. Im Runde 2 konnten sie St. Pauli rauswerfen, danach in Runde 3 haben sie Sandhausen rausgeworfen, im 4. Finale wartete dann Dortmund, aber die 2. von Dortmund und im Halbfinale dann Arminia Bielefeld. Also bislang ein recht sehr gutes, angenehmes Losglück und im Finale haben sie dann leider aber gegen Freiburg verloren und damit verpassen sie die internationalen Ränge. Die Champions League hat Inter Mailand gegen Chelsea gewonnen. Die zweite Saison ist für Neymar vorüber und er ist auf eine 88 hoch, hat 37 Spiele gemacht, in denen ihm 13 Tore und 9 Torvorlagen gelungen sind, was eine starke Saison ist, vor allem mit Bremen. Und ich denke, es war eine super ärgerliche Saison, weil einmal hat er die internationalen Ränge verpasst und hat dann auch sein erstes Pokalfinale leider verschenkt bzw. verloren. Also denke ich, dass er nicht mehr bei Bremen spielen wird, sondern wechseln wird. Nachdem er etwas Diego Vibes wieder bei Bremen aufgeweckt hat, wird er jetzt aber wechseln und zwar seht ihr es schon nach Real Madrid. Schaut euch dieses Team an, es ist auf jeden Fall super stark. Alaba Süle tatsächlich in der Innenverteidigung aus der Bundesliga damals und ich denke, hier ist einiges möglich, vor allem auch noch Haaland vorne drin. Der Spieler des Jahres wurde wieder Kylian Mbappé und hier seht ihr noch das Team of the Year mal wieder. Real Madrid, Liverpool und Bayern München dominieren es, deswegen ist Neymar ja auch nach Real gewechselt. Und Neymar konnte am Ende der dritten Saison seinen ersten Titel klar machen und zwar ist es die La Liga-Meisterschaft. Real Madrid wurde erster Platz ganz knapp vor Sevilla mit einem Punkt. Tatsächlich auch überraschend, dass Sevilla es ist und nicht Atletico oder Barcelona, aber das gönnen wir natürlich Neymar absolut. Und im Pokal sind sie leider im vierten Finale schon ausgeschieden gegen Espanyol-Barcelona, die tatsächlich dann auch am Ende den Cup gewonnen haben. Jetzt schauen wir natürlich noch auf die Champions League. In der Gruppenphase konnten wir uns knapp durchsetzen, also es war ziemlich umkämpft, würde ich sagen. Aber wir sind auf dem ersten Platz gelandet. Im Achtelfinale konnten wir dann Benfica rauswerfen. Im Viertelfinale war dann aber auch schon Schluss gegen Liverpool. Und am Ende hat Manchester City das englische Duell gegen Liverpool für sich entschieden. Die nächste Saison ist für Neymar um, er ist auf einer 90 hoch, hat 32 Spiele nur gemacht, war also vermutlich teilweise verletzt. Und ihm sind auch nur vier Tore und sechs Torvorlagen gelungen, was etwas schwach war. Und ja, trotz des Liga-Titels, auch der erste Titel für Neymar, war es in den Pokalen leider etwas enttäuschend. Das früher aus im Pokal, im spanischen Pokal und das Champions League aus, war natürlich bitter. Nichtsdestotrotz geht es weiterhin in die vierte Saison bei Real Madrid, da das Team einfach zu krass ist und Real Madrid als Champions League Team bekannt ist. Der Spieler des Jahres wurde diesmal ein Spieler von Real Madrid und zwar Erling Haaland einfach, leider nicht Neymar. Aber dafür, seht ihr es hier im Hintergrund, ist er im Team of the Year vorhanden im Mittelfeld. Das ist doch schon mal ein Erfolg. In der Liga konnten sie den Liga-Titel verteidigen, sind erster Platz gewonnen, aber es war diesmal auch wieder so knapp vor Barcelona und Atletico Madrid. Haben nur wenige Punkte sich getrennt und im Pokal konnten sie diesmal Espanol-Barcelona schlagen und damit auch den Pokal gewinnen. Das waren also Titel 2 und 3 und für Neymar fehlt jetzt einfach nur noch der Champions League-Titel in seiner Sammlung. Und ja, in der Champions League-Gruppenphase konnten sie etwas wackelig nur auf dem zweiten Platz weiterkommen, aber sind weitergekommen. Im achten Finale haben sie dann Dortmund rausgeschmissen, im vierten Finale sind sie dann aber rausgeflogen gegen Monaco, was eigentlich sehr machbar wäre. Und am Ende hat AC Mailand das italienische Duell gegen Neapel für sich entschieden. Die vierte Saison ist also vorbei und er ist auf einer 92 hoch, hat 52 Spiele diesmal gemacht. 16 Tore und 18 Torvorlagen sind ihm gelungen, also es war eine erfolgreiche Saison, vor allem, dass er im Team of the Year stand. Jedoch fehlt ihm weiterhin der Champions League-Titel, deswegen wechselt er zum amtierenden Champions League-Sieger AC Mailand. Angekommen beim amtierenden Champions League-Sieger startet er in seine fünfte Saison. Schaut euch dieses Team an, es ist absolut krass, unter anderem mit Rüdiger und Burkhard als zwei deutsche Spieler vertreten. Der Spieler des Jahres wurde diesmal Erling Haaland und Neymar ist diesmal leider nicht im Team of the Year vertreten. In der ersten Saison bei AC Mailand konnte er direkt den Liga-Titel holen, auch mit gutem Abstand vor dem Rivalen aus Mailand. Und auch den Pokal konnte Neymar wiederholen, damit das nationale Double, das ist natürlich wieder Neymar-Science. In der Champions League-Gruppenphase gab es dann wieder das Wiedersehen von Neymar mit seinem Ex-Klub Real Madrid. Und ja, AC Mailand hatte das Nachsehen, ist aber auf dem zweiten Platz gelandet und damit weitergekommen. Im Achtelfinale wartete dann Ajax Amsterdam, an denen sie leider aber gescheitert sind. Und am Ende hat Manchester City das Finale der Champions League gegen Vizekusen gewonnen. Eine weitere Saison ist um und Neymar hat wieder mal wahnsinnig stark gespielt. Er ist auf einer 93 hoch, diesmal hat 51 Spiele gemacht, 24 Tore und 7 Torverlagen sind ihm gelungen. Also er hat eigentlich richtig viel richtig gemacht, aber leider hat es trotzdem nicht gereicht für die Champions League. Und deswegen wird er noch einmal wechseln. Zur sechsten Saison versucht er sein Glück, diesmal beim FC Barcelona wieder. Schaut euch dieses Team an, es ist wirklich krass, vor allem die Offensive, aber auch eigentlich die Defensive super stark. Und damit sollte die Champions League normalerweise drin sein. Der Spieler des Jahres wurde mal wieder Kilian MAP und im Team of the Year diesmal sogar ein Tottenham-Spieler und ein Leverkusen-Spieler dabei. Die La Liga konnte Neymar auch direkt auf Anhieb mit Barcelona gewinnen. Und auch im Pokal haben sie das Finale gegen Celta Vigo gewonnen und damit das nationale Double klar gemacht. Also das nenne ich den Neymar-Effekt. Wie sieht es aber diesmal in der Champions League aus? Das ist natürlich die große Frage. In der Champions League-Gruppenphase konnten sie souverän auf dem ersten Platz weiterkommen. Im achten Finale wartete dann Spartak und Moskau, die man auch haushoch rausgeschossen hat. Im vierten Finale dann Chelsea war der Gegner, den man auch schlagen konnte, knapp. Dann im Halbfinale wartete Real Sociedad, die konnte man auch problemlos schlagen. Und im Finale hat Neymar endlich seinen Champions League-Titel gewonnen. Und zwar gegen Paris hat Barcelona gewonnen. Damit hat endlich Neymar seinen Champions League-Titel erreicht und damit auch noch sogar das Triple geholt mit Barcelona in der ersten Saison direkt. Er ist auch weiterhin auf 193, hat 58 Spiele gespielt, 29 Tore, 16 Torverlagen, ist damit Top-Torschütze bei uns. Er ist Top-Scorer dann auch noch oben drauf und ich würde sagen, er hat auf jeden Fall Riesenchancen, jetzt auch noch den Ballon d'Or zu gewinnen. Daher war es auch klar für Neymar, dass er in seiner letzte Saison dieser Karriere-Simulation weiterhin beim FC Barcelona ist, da dieses Team einfach auch wirklich abnormal krass ist. Der Spieler des Jahres wurde ein Spieler von Barcelona, aber ihr seht es, es ist Ferran Torres. Also das ist wirklich einer der größten Stils im Ballon d'Or natürlich, wie man es in echt kennt. Neymar hätte es absolut verdient, vor allem als Top-Scorer. Immerhin hat er es ins Team of the Year geschafft, aber das gibt mir absolut Lewandowski-Vibes. Die La Liga konnte man aber mit weitem Abstand vor Real Madrid gewinnen, aber im Pokal musste man sich dann Real Madrid geschlagen geben im Halbfinale und am Ende haben sie auch den Pokal gewonnen. Dann in der Champions League-Gruppenphase sind sie auf dem zweiten Platz gelandet, mussten sich hinter Leverkusen einreihen. Und im Achtelfinale sind sie dann gegen einen anderen Bundesligisten angetreten, und zwar Bayern, wo sie auch rausgeflogen sind. Und am Ende hat Chelsea die Champions League gewonnen. Die Karriere-Simulation neigt sich also dem Ende. Ihr könnt gerne auch die Simulation von Messi oder von Ronaldo abchecken. Und hier sehen wir nochmal seine Statistiken. Er ist auf einer 94 hoch, hat in 53 Spielen 30 Tore und 10 Torverlangen gemacht, was wahnsinnig krank ist. Leider war die letzte Saison etwas enttäuschend, vor allem mit dem Betrug beim Ballon d'Or.